Du kannst dich nicht ändern. Du verhoffst alle und jeden. Ich will mich ändern. Deinetwegen. Fällt dir ein bisschen spät ein, oder? Das wird immer so sein. Du kannst dir nichts dafür, dass ich ihn da schaffe. Das wärst du doch am besten. Und die Leute, die mir am wichtigsten sind, die verletzt sich am meisten. Sie hast ihm endlich die Wahrheit gesagt. Das würdest du machen, nicht ich. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich Richard bin. Der Mann mit dem Herz aus Stein. Wie oft passiert dir das denn schon mal, dass dich jemand so wahnsinnig macht, dass du nicht mehr aufhören kannst, an ihn zu denken? Oder dass du Herzmaßen kriegst? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Warum machst du das mit mir? Mit Isi hab ich erst verkackt. Mir tut es unendlich leid, dass ich dich so untergangen habe. Das hätte was Schönes werden können. Das Richtige. Deshalb gehe ich auch von ihm. In Liebe, Ringo. Ja, okay, ich bin in Isi verliebt. Du weißt doch ganz genau, was Ringo dir immer wieder wehtun wird. Tobias, ich liebe ihn. Ich liebe dich. So wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Ich bin immer noch in Ringo verliebt. Ich hab's ihn voll erwischt. Ich bin in Isi. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du und ich. Das kann nur schief gehen. Aber ganz ehrlich, was wäre denn die Alternative? Ich liebe dich und das meinte Ernst. Ich liebe dich auch. Das Junge sind doch nicht mein Dich. Okay, wenn du keine Beziehung willst, dann sagst du doch. Mit dir ja. Du bist etwas ganz Besonderes für mich. Ich will zwei weiße Mäuse. Das heißt, ich möchte zwei weiße Mäuse. Hat dein Vater dir das nicht beigebracht? Hast du vergessen, dass ich keiner kotz mag? War es das? Hallo? Noch zwei saure Gurken. Zwei saure Gurken.